1 von 5 1 von 5, toll, hast du auch gekriegt? LOL, dahint ist noch was Alter, ich brauch viel Sekunden dann wieder aufmauten zu können was für ein Schneider, ey Da liegt auch noch was, ne? Leute, mach mal Platz Wir wollen mal essen haben Das ist mein Feuer Spotschgab Ja, dahinten, der bleibt einfach stehen oder was? Schaut dem erstmal zu, wie er es stimmt Hat's hier nicht die ganze Zeit mit ihm unterhalten, so ist Quatsch Das war ja sein, was? Komm, ran hier Was denn? Geht schneller, wenn wir es zu zweit machen Boah Selbens, wie der denn aus warst Haben wir hier noch Wo sind denn die Dinger? Ähm, eigentlich hier überall Oh, guck mal, da hängt der Scheißhander Ähm Ja Ja, warte mal, warte mal Ja, hier ist irgendwie nichts Warte mal, warte mal Jetzt was vergessen haben wir Oh, hier ist immer nix Ähm Ähm Wo ist denn noch diese dumme Verpflegung? Das Problem ist, ist halt auch nicht in der Karte eingetragen Hm? Das ist halt auf dem Riechsporn worden Ja, das würde ich mal sehen Ich glaubste nicht mal hinter uns herkommen Auf, äh, über den, über den Mount Naja Okay Ja, wie schlecht dann Ja, hier vorne, ne Ja, hier vorne, ne Gepflanze Hallo Oho 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 Jetzt wurde aber auch nicht abgemacht Oder geschmissen Wahrscheinlich aims wie Boss hier Ich komm hier nicht rüber Ach, so fett'n Arsch Oho 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 Ja, nimm doch mal hier, ähm Ehm 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 Schriftrolle der Wiederbilder Ja Das ist immer cool Ich hab'n mal Ich hab'n mal Centro, äh, weckt Ja, ich hab'n jetzt auch so'n Track genommen Wow Jaaa Danke immer da Hm Musst du Dailies machen, wirst du elfwürdig, bist du mehr auf die Beste Aber PvP kriegst du, äh, PvP hier kriegst du einfach über Ehre beim Händler ganz normal Ja Ja Ey, die brauchen die doch hier noch, ne Ja, die brauchen die doch, ruckst ich so Ähm Was brauchst du? Achso Ja, was soll ich denn drauf machen, PvP oder das andere Dings so? Naja, wenn du, wenn du auch PvP gewünscht ist, schon empfehlen PvP aufzumachen Weil du tauscht das ja irgendwann irgendwann auch mal aus, ne Wenn du PvP oder PvE machst, je nachdem Ja Du solltest das schon zwei verschiedene Dings haben Achso, wir haben ja hier noch diese Scheißdinge, ne Wir brauchen ja hier eh noch diese Versorgung Da vorne ist was, zweimal sogar Ja Ja Zweitausenderrate gar nichts los, ey so, jetzt brauchen wir noch diese komischen Viecher ja, warum sind das immer nur so eine einzelne hier steht auch noch eine man kann sich auch für die rechtlichkeitspunkte Ehre holen, ne? ja, genau aber was wir, würde ich jetzt nicht unbedingt machen ja das war's, ne? ja, wir brauchen noch eine die Tötusbeweis schließe ich mal wieder ab, obwohl das ein regional ist ne, ne, das mach mal, das ist, ach ne, das ist ja gar nicht viel, ich will ja, schlau auf den Herrn na, ja, jetzt kann ich nicht aufmachen, solange der ich brauche, dieser scheiß Lassen so, ich habe alle Waffen, ne? so, ich habe alle Waffen, ne? so? 3000 Ehre Konstitutionen für dumme Verzauberung ja, würde ich halt zum Schluss noch sagen, die Swords, also weiß ich die, weiß ich was, was das bringt, da die 60 Stärke und 25 Abwehrdinger, weiß ich was, was da ist, das ist naja, genau naja, genau echt? stimmt das, der? ja toll wir müssen erstmal zu dem Typen hier, wo steht denn der her? das ist der von uns noch hin, ne? so, ich glaube ich habe eine neue Waffe bekommen, du wahrscheinlich auch? ja, aber die schlechter als die, die ich habe dumme, ja erhöht die maximale LP, ja, nice warte mal, wieso geht das nicht? ich soll sogar noch ein paar Sack, was zum Trank, ey äh, wir brauchen hier trotzdem noch die, die Typen, ne? was zum Erkennen Tötungsbeweis, die Fahne, oder was war das jetzt? ja ja, da habe ich auch schon 5, der hat mir aber gerade nichts gebracht Mann, ist das scheiße, ey wir müssen hier, lass mal hier, ne wir müssen eigentlich hier raus, ne? ja, dann lass mal raus, wir aus dem Laden müssen, ja können wir nebenbei, oh god, ey ach ja, genau, der Skill, der gibt mir ja sogar HP hast du auch sowas eigentlich? das so, quasi wie Mask of Death, äh, Damage Restore als HP ich restore Damage, ja, da hab ich sowas, hab ich mir auch nicht durchgedreht, ich weiß nicht so also, das ist eigentlich ein, ne, ein Skill hab ich nicht größtens durch Gier kriegst du auch manchmal, glaub ich auch bei Krieger, ich hab ja so ein Video gesehen ja Mann, lass mich nicht verworren hier rechts sehen müssen wir ähm mit dem da vorne siehst du, wir, wir mussten hier, hier doch was, waren wir hier nicht vorhin? also, warum, die Kassi haben schon, nein? also, warum, die Kassi haben schon, nein? denkst du, der Arschlar 6 von 15 was, die, was beschwäst du dich? der, der, der bewegt sich daran nicht ah, das ist doof oh, ein toter Ordnungsschlüter gut, schweige Sekunde guck mal hier, ist ja dieser dumme Stein, den wir holen sollen halloo bumm er macht einfach mal gar nichts na, dann will ich nur dich hä? er war wirklich stark also das war's jetzt hier, oder? das war nicht so der Bruder, ne das war's jetzt, ja ja, dann kann man das nicht wieder abgeben na, ich hab jetzt eigentlich noch, ich wollte ja eigentlich noch auf diese dumme Devana töten, aber dürfen wir wohl nicht wir sind ja hier rechts da müssen wir ja jetzt sogar hin zum abgeben meinst du, ja? ja also, wenn du willst, können wir den ja eben machen hä? den Boss achso, ich weiß aber gar nicht, ob wir den überhaupt noch machen müssen ne, müssen wir doch nicht aber vielleicht droppt der ja was gar nicht naja ich dachte früher, weil wir auch immer, dass jeder Elite-Mob richtig geile Sachen dabei hat und dann haben wir meistens nur wieder 20 Silber oder so in der Tasche das ist mir ja prima das hat sich ja gelungen nice ich hab schon wieder fast 50% ja, ich auch Skill-Bonus wahrscheinlich ja jetzt machen wir den scheiße kalt das lass ich mir auch nicht bieten, ja wer war denn das? in der Mitte der ja 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 warte mal, der renner da nicht so rein ja wirklich hier krieg ich dich hoch, man muss sagen dauernd ist er das war? das war lol was macht er denn da mit seinen komischen Dinger aufgebaut? ganz crazy ja ich da jetzt irgendwas? Goldstücke, wow 37 Goldstücke hat er gehabt nice ähm naja gehen wir ab oder was? ich guck erstmal nebenbei, ob wir auch überhaupt alle ich geh mal auf folgen, genau äh, da hell hören wir doch drei Dings-Quests erstmal wieder müssen wir zu Henry ich reite erstmal hier in die Mitte, ne? wir können auch die Schläge erkennen halt, aber sonst ja, hier mein Mord mal geht ja, geil richtig getroffen, ey 7 ja, das ist so dumm, ey, weil wir einfach erstmal bei Info, das ist schon mal der erste Klassiker so, ähm die stehen so schlecht hier ja ja, das ist doch kacke, ey was gibt'n der an EP? ähm ja, ich hab doch 56k gekruttet ne, 367 was was, nein 8100 dp ich bringe hier ist noch einer da wissen wir da ja, also ne, aber die EP neun von jetzt hab' ich, ja, hab' ich'n anscheinend doch bekommen neun ja, was ist das hier? mysteriöser Gegenstand ja hol' ich mir nochmal ey, wo haben die sie diesen anderen her als, äh, pet 10 von 15, hast du's auch? äh, können sie kaufen, glaub' ich ne, ich hab' noch neun also hier, wenn wir jetzt nochmal nach Süden reiten auch, können wir an den beiden machen dann sind da auch noch ein paar laut, ne? jetzt hab' ich 10 ach, hier sind noch 3, ne? ah, ja, nice hoiii ach, scheiße ich will rausgehen dodged 11 11 1 war ja auch 1 und 12 immer noch 11 können da die Kess abgeben, die Main-Kess ja kommen wir auf lang an 2 2 2 1 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 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 6 5 6 5 6 7 7 7 5 6 7 7 8 11 11 12 12 15 15 15 18 21 23 23 24